Behalte das Geld für mich. Sie lehnte seinen Vorschlag ab. Sie lehnte seinen Vorschlag ab. Sie lehnte seinen Vorschlag ab. Ich bat ihn, sofort anzufangen. Ich bat ihn, sofort anzufangen. Ich bat ihn, sofort anzufangen. Er ging zuerst in einen Obstladen. Er ging zuerst in einen Obstladen. Er hatte doch recht. Er hatte doch recht. Er hatte doch recht. Er macht die Leute oft wütend. Er macht die Leute oft wütend. Er macht die Leute oft wütend. Tom spielt gerne Baseball. Tom spielt gerne Baseball. Tom spielt gerne Baseball. Worin besteht der Unterschied zwischen A und B? Ich habe keine Lust, heute Abend auswärts zu essen. Ich habe keine Lust, heute Abend auswärts zu essen. Was wirst du nehmen? Was wirst du nehmen? Was wirst du nehmen? Was wirst du nehmen? Die Box ist fast leer. Die Box ist fast leer. Die Box ist fast leer. Hast du einen? Hast du einen? Hast du einen? Hast du einen? Ein Troutan ist etwas größer als ein Huhn. Ein Troutan ist etwas größer als ein Huhn. Deine Träume sind wahr geworden. Deine Träume sind wahr geworden. Deine Träume sind wahr geworden. Diese Art von Kleid ist jetzt in Mode. Diese Art von Kleid ist jetzt in Mode. Diese Art von Kleid ist jetzt in Mode. Ich würde gerne Sushi essen. Ich würde gerne Sushi essen. Ich würde gerne Sushi essen. Je früher, desto besser. Ich kann einen Apfel schälen. Ich kann einen Apfel schälen. Ich kann einen Apfel schälen. Magst du schwarze Katzen? Magst du schwarze Katzen? Magst du schwarze Katzen? Magst du schwarze Katzen? Es ist heute sehr heiß. 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 Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Dieser Hut gehört mir. Brot wird aus Weizen hergestellt. Brot wird aus Weizen hergestellt. Meine Familie geht jedes Jahr nach Italien. Meine Familie geht jedes Jahr nach Italien. Bitte machen Sie das Bett. Bitte machen Sie das Bett. Käse wird aus Milch hergestellt. Käse wird aus Milch hergestellt. Käse wird aus Milch hergestellt. Mein Onkel gab mir eine Kamera. Mein Onkel gab mir eine Kamera. Mein Onkel gab mir eine Kamera. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich verrate dir ein Geheimnis. Hattest du gestern eine gute Zeit? 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 Ich erwarte aus einem Traum. Ich erwarte aus einem Traum. Ich erwarte aus einem Traum. Wie viele Bücher hast du? Zieh bitte deine Socken aus. Zieh bitte deine Socken aus. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Er ist zwei Jahre älter als Mary. Er ist zwei Jahre älter als Mary. Er ist zwei Jahre älter als Mary. Möchtest du noch einen Apfel? Möchtest du noch einen Apfel? Möchtest du noch einen Apfel? Bitte beantworten Sie das Telefon. Bitte beantworten Sie das Telefon. Bitte beantworten Sie das Telefon. Der Supermarkt öffnet um 10 Uhr. Der Supermarkt öffnet um 10 Uhr. Er spricht Französisch. Er spricht Französisch. Er spricht Französisch. Der Supermarkt öffnet um 10 Uhr.